Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Fairy Box ist da und die hat eine andere Schnur, eine rosa Schnur. Ich freue mich. Der Sommer ist da. Die Box kostet 19,95 Euro. Ihr könnt die nach Österreich und in die Schweiz bestellen. Nein, Versandkosten kommen noch hinzu. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Ich öffne die Box. Ich bin schon sehr gespannt. So sieht das Ganze aus. Da sind umweltfreundliche Chips hier mit drin. Die sind aus Mais, soweit ich das weiß. Genau, aus Maisstärke. Und ich greife rein. Erstes Produkt, das interessiert mich jetzt, ist ein Produkt von Kadi. Da war schon mal eine Spülung, glaube ich, drin und ein Shampoo. Jetzt haben wir ein Wonder Hair Tonic. Kraft, Fülle und Glanz. Ayurvedic Care and Styling Spray. Ohne Alkohol. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Kennst du das Kadi-Geheimnis? Handverlesene indische Heilkräuter, vereint in jahrtausende alten Rezepturen ayurvedischer Naturheilkunde, werden zu unserem Kadi-Elixier eingekocht. Ins trockene Haar oder ins feuchte Haar sprühen und wie gewohnt stylen. Dein Haar wird es lieben. Ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall mal austesten. Kostet 14,90 Euro. Ist eine Originalgröße. 100 Milliliter. Tipp. Nach der Haarwäsche im Handtuch trockenen Haar oder einfach zwischendurch zur Auffrischung aufsprühen und wie gewohnt frisieren. Okay. Ich werde erstmal dran schnuppern. Wie riecht das denn? Das riecht, wie wenn man in so einen Laden reinkommt, wo es so Edelsteine gibt und so besondere Halsketten und Räucherstäbchen. So riecht das. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Limone ist das Einzige, was ich da irgendwie lesen kann. Thymian kann ich da noch erkennen. Ich mache das jetzt einfach mal. Das knistert so ein bisschen. Riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Genau. Ein Produkt für die Haare. Nächstes ist was Kleines. Ein dekoratives Kosmetikprodukt und zwar von Puro Bio. Finde ich eine sehr, sehr tolle Marke. Die haben auch richtig schöne Lidschatten. Ein Kajal ist das jetzt. Auch in Originalgröße. 1,3 Gramm. Kostet 6,89 Euro. Ist aus Italien. Da dieser Stift besonders viele pflanzliche und nur wenige mineralische Pigmente aufweist, eignet er sich optimal für sensible Augen und Kontaktlinsenträger. Auch nicht schlecht. Das ist die Farbe Matita Occhi. Ein Schwarz. Ja, also das wird dann auch jedem passen. Und dann, da ist so was dieses Kleines. Das hier, eine kleine Tube Lippenbalsam. Oh, mit Sonnenschutz. Darauf habe ich doch gewartet. Von Böb. Ich kenne die Marke nicht, deswegen liebe ich die Furrybox so, weil man immer wieder Marken entdecken kann, die man noch gar nicht kennt. Ich weiß gar nicht, wo die immer die ganzen Marken ausgraben. Böb. Lippenbalsam. Lichtschutzfaktor 20. 3,95 Euro. Für Babys, Kinder und Erwachsene geeignet. Das ist cool. Und da habe ich ja noch drauf gewartet. Sehr schön. So sieht das dann aus. Habe ich nämlich dieses Jahr bisher noch gar nichts da. entwickelt von einer Ärztin und Mama. Na, dann kann es ja nur gut sein. Sehr cool. Da habe ich noch drauf gewartet. Und die haben auch noch andere Produkte. Auch andere Sonnenschutzprodukte. Und da ist ein Rabattcode. 20% mit dem Code Fairybox. Cool. Warum nicht? Das ist ein schönes Teil. Dann. Ist da was Rundes mit drin? Ach, das ist von Cardi. So ein schöner, runder Flyer ist mal was anderes. Cardi Beauty by Balance. Gibt es auch 15% Rabatt mit Cardi Fairybox 15. Könnt ihr sparen. Und dann haben wir noch was von einer Marke, die ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe hier gerade. Und dann das Zettelchen noch von der Fairybox. Nächstes Produkt ist die Pflegecreme Leicht von Bergland. Sehr cool. Ich liebe die Produkte von Bergland. Sind immer sehr, sehr, sehr hochwertige Produkte mit Pumper. Das liebe ich. Dann drückt sich das auch alles schön hoch. Dann geht kein Produkt verschwendet. Und es ist einfacher sauber zu halten. Man muss da nicht mit dem Spatel arbeiten. Weil mit den Fingern rein, das mag ich gar nicht. Da wird euch das Produkt auch schneller schlecht. Und ihr verteilt auch die Bakterien da drin. Deswegen, ich mag das, wie das einfach aufgemacht ist. Das sind sehr tolle Produkte. 50ml ist tatsächlich auch öfter in der Fairybox. Also wenn ihr da sagt, ich brauche doch regelmäßig was. Dann lohnt sich die Fairybox auf jeden Fall schon mal. Und das kostet 29,95 Euro. Diese leicht pflegende Tagescreme ist mit Hanf, Kurkuma, natürlicher Hyaluronsäure und nähernden Pflanzenölen das perfekte sommerliche Skinfood. Also vor allem mit Hanf und Kurkuma ist es eine super tolle Kombi für eure Haut. Vor allem wenn ihr empfindliche Haut habt, dann ist das auf jeden Fall eine super tolle Kombi. Da freue ich mich mega drüber gerade. Immer, wenn Bergland drin ist, dann kann ich es euch immer empfehlen. Holt es euch. Und dann kommen wir noch zum letzten Produkt. Und das ist so cool, weil das ist in so einem Säckchen drin. Das wollte ich mir jetzt mal noch aufbewahren. Mit Reißverschluss sogar. So eine klitzekleine Tasche. Guckt mal. Ist irgendwie auch niedlich. Festes Shampoo, sensitiv, ohne Duft und ohne Farbstoffe. So sieht es aus. Und zwar von, jetzt kommt es wieder, Savant du Midi. Und da hatten wir jetzt den anderen Flyer. Deswegen habe ich den gerade noch nicht gezeigt. Da kann man gucken, was für schöne Seifen das es da gibt. Och, das ist ja cool. Ein Krokodil. Das ist ja schön. Und Schildkröte und Fisch. Toll. Ach, das ist ja schön. Cool. Das ist schön. Und das ist jetzt hier ein festes Shampoo mit Bio-Hanföl. Zertifizierte vegane Biokosmetik. Ich möchte mir das mal angucken. Ich weiß, dass es ohne Duftstoffe und so ist. Aber trotzdem möchte ich mal. Ja, es riecht halt nach Seife. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste den Rüssel einfach dran halten. Ja. Und da ist jetzt so ein Säckchen mit dabei. Da lese ich jetzt mal. Eine Originalgröße 85 Gramm. 8,90 Euro. Enthält kein CBD-THC. Für eine verwöhnte Haarpflege sorgt dieses duftfreie, feste Shampoo. Es reinigt die Haare gründlich und ist gleichzeitig besonders schon zur Kopfhaut und auch für Allergiker geeignet. Durch seine milden Kokos-Tenside und einen hautneutralen pH-Wert eignet sich das Shampoo auch für die Reinigung des ganzen Körpers. Das ist ja toll. Tippt das feste Shampoo in dem Waschbeutelchen mit den Händen aufschäumen. Ich habe es geahnt. Ich habe mich aber noch nicht getraut, das zu sagen. Das ist cool, dass es mit dabei ist. Dann kann man das Ganze nämlich ein bisschen besser anwenden. in dem Waschbeutelchen mit den Händen aufschäumen, ins nasse Haar einmassieren und gründlich ausspülen. Okay. Das ist toll, dass das gleich mit dabei ist. Und das lasse ich auch direkt jetzt schon mal so, dass mir das nicht abhanden kommt. Weil dann kann ich das nämlich direkt zusammen nutzen. Sehr cool. Ach, ist das wieder eine schöne Box gewesen, Leute. 64,59 Euro. Der Wert. Also das sind schon wirklich immer sehr, sehr tolle, hochwertige Produkte. Und wieder mal eine neue Marke entdeckt. Und dann auch noch das Produkt, was ich mir sehnlichst erwünscht habe. Weil ich das für diesen Sommer noch gar nicht da habe. Genau. Das war es jetzt mit der Box, mit den Produkten. Mein Highlight. Die beiden hier. Merkland. Immer. Genau. Das war es. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich euch absolut empfehlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.